braucht mehr essen ja sagt da echt alle mitmachen und so schnell möglich dass alle gehen einer aus dem chat hat mir schreibt mir gerade mir hat eben das antimagisches feld vom dk gefehlt ich bin da ich hab dir gar nie gespielt deswegen ich weiß nicht ob das was gebracht hat oder nicht das reduziert magie schauen und das hätte dk gebraucht karo wann werden anringen für dich hier in dem boss fight also gut willst du gleich zum anfang was haben oder oder gleich am anfang und wird das haben müssen richtig raushauen ich sagte dann bescheid okay dann merke wann ich das brauche wirst du dann ran zieht nicht vergessen und hat die direktion start ich bin weben vorsicht jetzt einmal spinnen wir eben weg machen ganz so gut wie möglich da stehen drei zu nein aneinander ich habe zusammen zusammen genau weg rennen von mit netz sonst aua da ist nicht mehr viel mit aua da ist instant tot wenn weben vorsicht grüner kreis komplett sauber machen so alle zu verkieser weiter weg weiter weg netze laufen netze vorsicht genau weg aus der mitte aber nicht zu nahm rand quasi zwei kommt vorsicht ausweichen und jetzt jetzt lässt uns wieder zusammenziehen vorsicht mitte 2 dds tot jetzt machen und genau jetzt rüber bringen portal ist ein bisschen unwitzig gesetzt ja da die du die webs danach gekostet die scheiße ab wenn ihr mobility skills habt versucht durchzugeben ja gehen 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 die weiße gestalt auch ich bin außer reichweite komm ein noch wieder frei nein jetzt jetzt ist er frei jetzt ist er frei warum wird mir jetzt hier 100 prozent vorher angezeigt jetzt netze einmal sauber machen ab ja sie ist gut hat man ein bisschen weiter zur seite ziehen ja genau das ist super ist super noch ein ticken weg zusammenstellen hier netze sauber machen wie wir die ds noch mit mir mit rest ja ich komme nicht an so weiter weg weg mit durch an ich wollte fragen ob er durchgekommen ist weg von der mitte phase 2 kommt vorsicht mitte noch mal über die mitte und der ist auch sehr ekelig dann noch ganz viele etz in der seite selbe spiel das ist schade füttern 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 etz sind tot ich bin ja alle wir nehmen schön füttern 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 eine runde noch ich habe keine selbst zu diesem hundert prozent ja drauf reiner ich bin wem sauber machen beider tot wir haben keinen battle res mehr müssen wir jetzt runter klicken wie lange bis battle res vier minuten zog weiter weg und zog perfekt alle rein da ich möchte dies net weg renn ich bin wem bin wem sauber machen Ab Zock Wegrennen Weg von der Mitte Phase 2 kommt Da sind jetzt Da hinten sind die Eier Oh, nicht Vorsicht Ich habe Agro Ich bin schon auf dem Weg Ich kann Anken Wo ist er denn? Nimm mich mit dich So, füttern Ich habe nochmal Lutschkiesel hingestellt Sonst Def CD ist hier, wenn er zu viel Schaden macht 1,20 noch bis zum Battle Rats Ja, ein Berserker in 20 Wir könnten oder was? Ja Komm Komm Komm, noch mal eine Runde futtern Komm Komm Eins noch Eins noch Eins noch Das ist Berserker Das ist Berserker, das ist halt Komplett weird Wollt ihr noch 3 machen oder? Ich meine, am Schadenhens, das war jetzt echt, weil halt zwei CDs zu langzeitig tot waren Das ist mal 4 Minuten Einmal noch Einmal noch Waren wir gerade zu langsam mit dem Essen? Äh, ne Es waren halt zwei gute CDs tot Deswegen hat es ein bisschen gedauert mit den Schaden am Anfang Und sonst ging es relativ Naja, wegen dem Berserker Modus Das ist ja automatisch, das ist halt nur zu lange gebrauchen Ich muss aber noch sagen, dass ich mit meinem Ahnung halt absoluten Null hinterher kam Also, ich konnte ja auch kein Ende auch kaum noch wirklich heilen Soll ich die jetzt vielleicht mehr in die Mitte ziehen mit den Armen oder? Ich glaube, das darfst du, glaube ich nicht, oder? Achso, okay Ne Jetzt, äh, das ist zum Punkt am Rand aus, dass du die Lamm sammelst Mal, der Griff muss noch ein bisschen mehr rein Okay Ja Der war bei der zweiten Mal, war zu niedrig Ja Ich hatte alles auf CD, ich konnte nichts mehr Okay Ja Chat schreibt erst, erstes Essen war, das war zu langsam, ja Okay Letz, letzter Try für heute Gewinne, 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 Spaß, 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 Spaß Wir legen den, dann haben wir wenigstens ein HC gemacht Ein HC Bus Und danach besprechen wir, wann das ist So Jo Mehr an Rand Hatschi Bin wem Boom Sauber machen So So Warte nach hinten Geh zu uns, da hinten, da hinten, weiter Ja Und Netze, ne Rennweben Sauber machen Ab So So Mehr Leute rein Perfekt Netze Weg von der Mitte Nicht zu weit Phase 2 beginnt Jetzt sind die vorne Wer, Vorsicht Versucht die Ads alle so möglichen, so wie möglich hin Hohlen Genau durch, Vorsicht Äh, ich bin runtergefahren als Tank, fuck Ja bitte Jedenfall Die Ranks Gut dann Essen, 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 essen Äh, ich weiß So Sieht schon deutlich besser aus Ja Spinnennetze liegen hier, siehst du mal, deutlich besser Ja, 100% Weiter Spinnennetze Oh, das wird eng, das wird eng Ich brauch Heel Tränke trinken sonst Ja Und Blutschies Ab Aufräumen Äh, waren zwei grüne Flächen zusammen So Alle hin Spinnennetze Weg davon Spinnennetze Oh, shit Heeler tot Aufräumen Wir haben noch eine Minute 20 Auf, äh BR Tank braucht Heel Oh, nee, ich bin nicht geheilt Zauk Tank tot Ich hatte alles auf CD Ah, da komm ich auch mit meinem stärksten Mitte raus Das spielt uns jetzt in die Kette Die Karten Das spielt uns nicht so, ne? Bette Rest bitte zuerst auf den Tank Auf jeden Fall Jetzt Oh, der läuft raus Zurück, zurück, zurück Oh, der Huhn Vorsicht, Fortwahl Vorsicht, ein Schritt zur Seite Perfekt Oh, alle, der ist tot Bitte 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 auf den Tank Bitte auf den Tank Zieh noch Oh, V-Lock Fokus Da war irgendwo ein Netzenet mittendrin Ich bin langsam Mordok 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 Einer noch In 80 Sekunden 100 Voll Ein Ringkunder ist drin Aufräumen Wenn BR ready ist, wird er Fehler machen Zock Wir haben fünf Minuten Wir haben fünf Minuten auf BR Spot bitte Ich bin das gleich tot Als Tank Aber verdammt, ich habe jetzt zurückgezogen Mist Warte zwei Sekunden Ab Perfekt, danke Ich kriege den nicht geheult Ja, wenn Tank tot My bad Ach, Alter, jetzt tot Also, das ist halt wirklich, ich kann ercasten, wie ich will, ich kann dabei nur zusehen, wie du runterdromst dann Ja, mit der Ist er mit da raus, ja Ich glaube, das wird nichts mehr Es wird jetzt die D Bei Lust Und dann schauen, ist kurz zu niedrig Und dann fahren die Minute 40 Ist sie wieder berserk Ja Ich habe jetzt gesagt Das ist das für Das ist das für Ich glaube, das ist das für